Nein, die gibt's. Ich hab sie gesehen. Nur nicht hier. Ähm... Weißt du noch, wo es ist? Wie auf der ersten Karte. Wo sind denn die Pferde? Wo sind die Pferde? Wo sind die Kühe? Ich weiß jetzt schon nicht, wann sie mir zurückkommt. Ach, ist doch egal. Aber ist in Ordnung. Irgendeiner holt uns schon ab. So, Festung. Wo könntest du sein? Sioo... Oh! Nichts. Kommt nichts. Erstmal Angst. Da oben. Ich hab keinen Bogen mit, ich hab keinen Bogen mit, ich hab keinen Bogen mit! Aha. Scheiße! Der schießt auf dich! Der schießt auf dich! Naja, kein Problem. Soll doch mal weitermachen, ich stehe gut. Ich buddelt auf den Bogen. Wo stehst du denn? Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Da! Da, dieu! So, was wollte ich jetzt nachgucken? Ach ja, Option Grafik... Äh... Hallo... Hallo Schafis! Ach egal, komm. Ich suche jetzt. Das geht gar nicht, man kann gar nicht auf die Glabe hin drüber. Du brennst, du brennst, du brennst! Ja! Ich will da rüber bauen, aber es geht nicht. Du kannst kein Wasser ausgeben. Wie passt der Spruch, Rossebrennen in der Hölle? Man kann sich nicht da rüber bauen, das geht nicht. Jetzt nehmen wir das nicht mit Sand. Nee, überhaupt nicht. Wenn du da drüber stellst, dann fängst du an zu brennen. Ja, du musst einen höher machen, genau. Dann geht's. Ich hab Angst vor dem Gas da oben. Ich auch. B-b-b-b-b-bau mal da rüber jetzt. Ja, gut, gut, gut. Ich bin drüben. Schnell wieder in Deckung. Vielleicht sind wir da, wo wir angefangen haben. Bist du ja schon. Ja, einmal im Kreis gelaufen. Wir werden niemals zurückfinden. Sag mal. Wie kommst du denn da rauf? Ich weiß, wo es lang geht. Ja, bestimmt. Gut, hier wollen wir lang. Folgt mir, ich kenne den Weg. Hallo. Oh, den mal besser nicht. Müsste noch einer schlafen. Ich bin ziemlich weit weg. Ich bin in der Höhle. Ich glaube, wie von dich können wir nicht? Ich komme, ich komme, ich komme. Wie von dich sind... Wenn das weitergeht, nehmen wir die restlichen tausend Folgen in der Hölle auf. Ja. Hält doch mal ein Bett in der Hölle auf. Könnt ihr mir Dings Stone mitbringen? Ja, ja. Brauche ich so zu. Klostein. Danke. Wenn wir Klostein finden, müssen wir welche mit. Ähm. Verdammt. Hier sind übrigens noch 51 Klostone-Dust drin und 10 Klostone. Wo willst du hin, Mief? Haben wir? Ja, ich mach mir nur mal eben schnell eine Markierung. Warum? Nur zur Sicherheit. Wenn ich zersägst, kriegst du sogar noch mehr raus. Kriegst du Platten, die leuchten auch noch. Kannst auch Nukes nehmen. Die ganz kleinen Ecken, da kriegst du noch mehr raus. Ja, natürlich. Ja, da hinten sieht es, da geht es weiter. Ja, ja. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Hä? Guck mal zu der Markierung zurück. Ich bin hinter dir. Wie meinst du das, Voice Platten? Ja, da wollte ich auch lang. Du kannst doch die, du kannst dir eine Säge craften und die dann halt zerschneiden. Die Säge haben wir schon. Die leuchten trotzdem. Genau. Die hängt hier. Und hier? Die hing mal hier. Als die noch niemand weggenommen hat und dann hab ich wieder zurückgehängt. Ich hab meine eigene gecrafted. Also ich kann hier nichts weggenommen haben. So, hier ist Glowstone. Glowstein? Alter. Ja, aber irgendwie noch kein... Warte, nehme ich mit. Du musst mal kurz kugeln, wo scheiß fucking Kaffeebäume sind. Das war schnell, oder? Ja, das war sehr schnell. Gut. So, und wo geht's hier jetzt weiter? Wo ist hier die Festung? Keine Ahnung, siehst du einen auf der Map, oder was? Nö. Oh! Oh, oh! Guck mal da runter! 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 Ist hier auf der Map ne Festung! Was ist denn da unten? Hier auf der Map ist ne Festung! In die Richtung! Komm mit! Hey! Festungen sind immer gut! Da unten waren gerade Riesenspinnen! So ein paar! Blazerots! Riesenspinnen! Ja, dann gehen wir lieber weg! Komm mal mit! Hier mit! Kommst du bis hinter mir? Ja, ja! Ich bin hinter dir! Warte mal, ich muss da eben wieder auf X drücken! Oh nein! Ich muss die irgendwie posieren! Hier bei uns! Müsst du die schon fast anfangen! Äh! Wo willst du hin? Warte! Ich spring mal eben hoch! Ich guck mal eben was! Geht sie da draußen hoch, oder was? Naja! Deswegen! Ja, hier! Wir haben sie! Ich hab nur gesagt, hier ist sie! Ich hab die auf der Karte doch gesehen! Oh! Oh! Klosung! Klosstein! Ja, ohne Ende! Da hinten! Und da! Ja, wo geht denn die Festung hier weiter? Ich zieh das nicht so ganz! Die Festung... Eigentlich muss man hier reingehen! Hier muss man rein! Dann kommen wir von hier aus weiter! Komm mal mit! Ja, geh mal! Warte, was? Hier ist so ein Blaze-Spawner! Super! Bei mir auch! Ah, sauber! Läuft! Ähm! Blaze, du wolltest was mit Mutation machen, ne? Jupp! Gut, dann machst du uns nen Kaffeebaum! So, ich hab dann schon mal nen Blaze-Rot! Ne? Ich mach hier was mit ENS, ne? Also... Also... Äh... Mal früher nachgucken, scheiße! Da können ruhig mal öfter ein paar Blaze-Rot rauskommen jetzt! Dann kannst du halt keinen Kaffee für die Minecraft-BG! Wär ja auch zu Einkauf einfach gewesen! Ich will auch keinen Kaffee haben! Ich hab auch schon einen Blaze-Rot! Ich hab zwei! Ähm... Meinst du aber nicht die... Die Kocki-Claplings aus äh... Aus Forestry, oder? Weil du musst man züchten! Doch! Ja! Ich hab grad... Ja! Mir jetzt noch niemand erklärt, wie ich Bäume züchten kann! Forestry-Bäume züchten ist... Äh... Dafür musst du Bienen züchten! Viel Spaß! Tja! Dann... Keinen Kaffee für die Minecraft-BG! Du kannst schon mal meine Bienen benutzen, wenn du willst! Also... Ich bin da nicht so... Oh, ist noch ein Blaze-Spawner! Nee! Hab mir das selber mal angeguckt! Oha! Hüpfe! Was los? Nö, nö... Ist schon gut! Alles gut! Alles gut! Hüpfe! Ja, ich dachte, das wäre zu viele, aber... Das waren eher noch zu wenig! Die waren es in vier, oder? Ja... Ah, das geht doch! Du musst halt aufpassen, dass du nicht zu oft brennst! Ich hab bis jetzt noch nie einmal gebrannt! Ich hab jetzt gerade einmal gebrannt, halt! Das ist aber auch nicht tragisch! Nicht tragisch! Hier gibt's nix! Ich warte mal ein bisschen spawnen, guck ich mir mal die Gänge noch an, die hier noch sind! La, la, la... Netherquartz auch hier, das könnt ihr eigentlich noch mit abbauen zwischendurch! Oh, ich bache ja gerade mal Marble ab, wie ein blöder! Das hab ich schon hinter mir! Ja, aber ich finde nicht den richtigen, den ganz weißen! Ja, den musst du erst einschmeißen! Also diesen irgendwas mit schwarz befleckt einschmeißen! Ja, ja! Und dann kannst du ihn danach mit Schüssel bearbeiten, auch beliebig! Okay, gut zu wissen! Ja, ist bei dir mehr los? Im Moment gerade nicht, im Moment baue ich gerade Quartz ab! Was sind denn hier noch so viele Gänge? Ja, geh doch mal angucken! Oh, schau, was haben wir hier denn? Oh fuck! Warte, da ist noch ne Festung! Dann gehen wir doch gleich mal gucken! Ja, geh mal gucken! Das ist doch nicht die gleiche Festung, oder? Ne, da hinten ist ne andere! Oh, ziemlich groß! Ey, in welche Richtung bist du jetzt gegangen? Warte, ich komm! Nein, warte, meine Blaze sind ja da! Ey, nicht mich verprügeln! Ich stelle auf was! Ah, ich brenne! Descounter, Descounter, Descounter! Ich bin ein Idiot, ich muss mal was essen zwischendurch! Ne, ne, ich... alles ruf! Fuck! Ich hab jetzt vier, wie viel hast du? 3 Wo gibt's noch was? Könnte gleich wieder hinkommen! Hier in die Richtung! Geh mal kurz was gucken! Mach mal! Ob deine Dinger wieder landen, oder was? Jo! Gute aus! Oh, immer noch kein vierter! Ich bespür jetzt nen Wisserskeleton! Ja! Na geradeaus kommst du ja nicht, weil du musst rechts und dann... Links und dann rüber bauen, oder sowas! Was? Links und dann rüber bauen? Wo ist denn hier noch ne Festung? Warte mal! Ja! Geradeaus vor mir! Über der Lava meinst du da hinten, oder was? Ah, hier müssen die mit dieser hier verbunden sein! So! Naja, ich bleib mal nicht! Ich bleib mal nicht! Ich bleib mal nicht! Warte, wenn du hier siehst, dann... wenn du hier stehst, dann siehst du sogar noch die Türme! Okay! So, jetzt mal 16... Hab ich echt so viele Fackeln aufgebaut? Brauchst du noch hier zugestellt! Was? Wie bitte? Ne! Die hast du echt alle aufgebaut! Ich hab gar keine Fackeln mit, ich brauch die nicht! Echt schön rhythmisch! Die du brauchst, die nicht! Ah, ich brauch keine Fackeln! Das war ein Brightness 100-Steller! Neiiiin! Schumbler! Auf die Wand, Team! Steinigt ihn! Ich kann das im echten Leben auch! Nicht mit spitzen Steinen, sondern mit runden Steinen! Boah! So, äh, wo sind denn alleine Blazes gewesen? Da kann ich ja auch immer hinrennen auch noch! Direkt neben, also... Ja, wie kommt man da hin? Links und rechts neben dem Gang! Hä? Der Dinger war, wenn du von dieser Richtung hier kommst, wo wir gerade waren, links! Oh, Mainger war genau rechts daneben! Hä? Hä? Nein, in der Karte! Ich meinte, ich zeig dir das! Ja! Alter, sind das viele Fackeln! Alter! Schön gemacht, ne? Alle ungefähr gleichen Abständen! Ja, das ist voll komisch gewesen! Hier ist Mainger! Dainger ist hier! Ja! So! Ist aus dieser Richtung, links von dem Gang! Mainger ist hier! Rechts von dem Gang! So, dann schau mal jeder Fackeln, wenn man was sieht! Ah nein, ich brenne! Warum kommst du mit, brenn dich! Das ist doch ein Scheißzeichen! Lusche! 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 Nett! So, jetzt geh ich mal gucken, was da drüben, was so abgeht! D up! Ah, Moment! Hast du noch Platz in deinem... Ja! Ich hab alles vorher abgelegt und wo ich wieder gekommen bin! Gut, dann... Lass du das hier alles mitnehmen Was sind das für bunte Pillen, ne? Ja, alles bunte Pillen Drucken sie schon Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon So, ich hab jetzt bin ich Smeltery übrigens Du hast alles möglich hier drin, hast du eine Kiste ausgeräumt oder was? Ja Ich hab einen Portable Tank gebaut mit 16 Füllungen und hab grad Lava rein getan Das heißt wir können jetzt gleich an der Smeltery mal etwas länger arbeiten als nur 3 Minuten Wie viele Tanks hast du da? Ein Portable Tank mit 16 Eimern Die Endertanks, kann man die auch in der Hölle platzieren? Geht das dann auch oder? Ja natürlich Du musst halt nur einen Junkler oder Spotload dahin packen weil Packst du den da genauso in die Smeltery wie den normalen Tank der da dabei ist? Ne, den schmeißt du oben rauf, also stellst du oben rauf Also auf den anderen Tank oben drauf oder wie? Genau, ich muss grad mal gucken ob es direkt connectet oder ob man dazwischen ein Fluiduct braucht oder das seh ich gleich So, sollte jetzt erstmal reichen Chunkler Nehmen wir noch mit Also brauchen wir Chunkler oder? Ok, weiß nicht Ja, kannst du direkt oben auf den anderen Tank rauf stellen Du kannst ja herkommen und gucken Kann mal einer von euch in die Hölle kommen und uns Koordinaten sagen? Ähm Wirklich? Aber danke, dass du gekackt hast Ohohoho Aber wenn ich hier nicht nirgendwo rauskomme, ne? Uhuhuhu Wir können hier nicht nirgendwo rauskommen, wir findest den Weg ja gar nicht Ja, ich bin schick Ja, ich bin schick Das muss er noch nicht wissen Oh, da ist ein Skelett Sehr sauer Hm? Da ist ein saures Skelett Echt? Gibt's auch süße Skelette? Ja, aber die sind so sauer Gibt's gern salziges Ein salz-Skelett Na, oder ein nussiges Ein Nuss-Skelett Ein Nuss-Skelett Ein Nuss-Skelett Ein Erdbeer-Skelett Hier ist ein Frosch Ein hüpfender Soo Das ist nur ein ganz normaler Magma-Slide Wege mich gerade durchs Portal und sage euch, dass ihr euch bitte zu Plus 21, plus 43, 56 bewegt Also ziemlich 0,0 fast Ja, so ziemlich Alles klar Kann ich wieder Weitermachen mit meinem Zeug, ja? Ja, ja Danke Sehr freundlich von dir Ich danke dir, dass du uns den Weg nach draußen gewiesen hast Ja, 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 ja Jetzt, jetzt kommt der Dank Wo ist er? Vorher drohen, jetzt kommt der Dank Spot Wer hat denn hier den Weg abgerissen? Ich hoffe, du machst den Suppesie hier auch noch weg, Boys Was? Hä, was für ein Suppesie? Äh, den Weg hab ich abgerissen Der, der See, da, äh, werde ich da anlegen Den, den Schokoladensee Ja, ja, der kommt nicht weg Der lecker Schokisee Soo Es leckt Ja, doch Hast du irgendwelche Studien angegriffen? Nein, hab ich nicht, warum? Warum? Wenn du kommst